Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute für euch im Test das Rocket Rally Set von Niko Feuerwerk für 20 Euro aus Norma. Wir testen für euch halt einmal eine Kugelkopfrakete, wahrscheinlich eine Double Ring, eine Turbo Rakete und eine Blastrakete. Viel Spaß! Turbo Rakete von Niko gibt es jetzt. Purple Ring aus dem Rocket Rally Set. Alter, die sind so geil! Hey, Lemon Ring Rakete von Niko Rocket Rally. Double Ring. Stark, laut. Super! Auch gut.